Barbossa, du hast die Talismane? Du musst nicht mehr ein Mensch sein, Tia Dalma, sondern frei, verwandelt in die Göttin Kalipso. Die ersten neun Lords bestrafen dich, aber ihre Talismane befreien dich. Wir waren uns einig. Ich schenk dir das Leben und dafür wirst du... Kalipso, ich befreie dich von dieser Menschenhülle. Leute, grüße, nächster Part. Ich habe mein Wort gehalten. Jetzt erwarte ich meinen Lohn. Verschone mich, mein Schiff, meine Kruf. Entfache deinen Zorn über jeden, der wagte, dein Meister sich zu nennen. Wir warten. Nächster Part, Frucht der Karibik. Leute, für mich wirkt das hier ziemlich nach Showdown. Mal Lübso. Bringt uns rein. Bitte keine unfairen Kämpfe. Erteiligen Sie die Black Pearl. Du triffst bald einen Meister. Infames Kierlang. Ja, ich gebe mein Bestes. Ich freue mich darauf, dich an Bord und in der Nähe zu haben. Meine Mutter wäre stolz zu sehen, wie ich dich erledige. Wenn ich hier mal die Chance habe, mit Barbossa zu spielen, dann will ich das auch. Irgendwo eh noch. Oh oh. Ich muss diesene. Danke. Schrei um Hilfe, auch wenn es nicht... Da sind hier noch welche. Ha? Ja. Es wirkt tatsächlich wie ein Showdown hier, Leute. Hörst du nicht den Turm flüstern? Ich will eigentlich den Ticken. Wir kommen hier wieder an so eine Stelle. Da ist also... Wow. Jetzt hast du es mit einem der Besten. Komm her. Ich muss wegziehen. Die Gesundheit. Oben. Du wirst Dienst am Mast schieben. Oh Gott, das hört nicht auf. Ich muss erst mal das Fuß voll. Was denn jetzt? Okay, das soll so sein. Ich habe schon gedacht, irgendwie passiert jetzt was Doofes. Aber alles cool. Holen Sie die Truhe aus dem Orgelraum. Immer dieser Orgelraum. Jetzt hast du es mit einem der besten von Davy Jones zu tun. Hat der da mit einer Kanone geballert? Oh, 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 oh. Okay, das Verschieben... ...soll man wahrscheinlich erst später machen. Konnte man dort noch einen Gang weiter lang? Wie, 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 wie? Da schießt der. Die Kiste ist am richtigen Platz. Ey, danke. Danke für die Info. So, Leute, aufräumen. Halt! Gleich bin ich fertig. Dann bist du nur noch Feschmutter. Hey! Ich häng' fest! Was ist passiert hier? Es wird nicht viel von dir für die Krähen übrig bleiben. Immer wieder diese Typen. Ja! 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 Schon wieder so, Ener? Kann ich hier ne Kiste verschieben? Das ist doch mies. Ich werde dich mit Freunden aufschlösen. Jetzt lasst mich nie wieder komplett von Anfang an machen. Huuuuh! Aber... Soll man denn? Was ist jetzt hier erst mal in der Nervt? Der schießt jetzt. Bald bist du einer von uns. Ein britischer Soldat ist hart wie Stahl und kann hellisch beten. Hier ist was los. Komm mal her, hier du. Kommt Leute, der musste jetzt sein. Brauche ich das? Ich glaube, hier ging doch irgendwas auf, ne? Das könnte noch praktisch werden. Das kann ich sehr gut. Ich habe schon wieder irgendeiner. Oh ja. Sack. Der Orgelraum. Schrei um Hilfe, auch wenn es... Die Kiste ist nicht aufgegangen. Das versteht auch keine Sau so richtig, ne? Du triffst bald einen Meister. Infames Piratpacke. Oh. Die Truhe. Das Herz. Ach. Du. 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 Ich weiß nicht wie ich die Mitte konter. Ich weiß nicht wie ich die Mitte konnte. Soll ich da einfach nix drücken? Jetzt geht's los. Ey so schnell kann ich gar nicht. Ich hab' doch nach oben gedrückt. Alter! Hä? Sollte ich den Kampf verlieren? Ich glaub' nicht. Ähm. Jetzt gib dir mal richtig Mühe. Leute das ist gewollt! Wie wärmt man die Mitte ab? Alter! Alter! Ja! Ich weiß nicht wie ich die Mitte mache. Ah! Was soll das? Mann! Ey! Wollt ihr mich verarschen jetzt, dass ich jetzt hier in diesem letzten Fechtduell übelst am Versagen bin? Christian, jetzt konzentrier dich doch mal. Konzentrier dich doch mal. Stand hier irgendwo, warte mal ganz kurz, bei Option, Steuerung. Warte mal, beim Logbuch. Das kann man hier nicht oft machen, ne? Ich will wissen, wie ich die Mitte verteidige. Das schaffst du nicht. Oh, wie ist es, wie ich mich anstrengend wusste? Tja. Alter! 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 Manni! Aha! Aha! This thing is in! This thing is fixing it! Oh! Hä? Ich hatte doch noch Energie? Wird das schon mein Endfight auf sie hier? Oh! Das ist ein Kinderspiel, Mann! Nach rechts, Mann, Christian! Nach rechts, Mann, Christian! Ich hab gedacht, der macht nochmal oben! Ich hab gedacht, der macht nochmal oben! Oh! Nach rechts! Ja! 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 Ich glaub, ich hab' Ich hab' Ich hab' Ich hab' Round 2! Oh, nee! Nee! Jede, hat. Ich hab' Har' Damit kriegen sie mich. Hä? Ja! 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 Du vergisst! Ich bin wahrhaft! Herr Sluder! Oh oh! Pagad! Oh! 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 Ich sehe, hat die Black Pearl überlebt. Schicken wir sie runter in die Tiefe, wo sie hingehört. Wisse, da hat man Davy Jones jetzt erledigt. Dann jetzt nur so ein Reutz. Aber das wird dir nichts nützen. Da ist so ein Würfel. Verwirkt doch! Oh... ... Nee! Vielleicht ist dir etwas entgangen. Du sollst zurückschla... so bleibt Oh, was denn jetzt? Oh-oh. Oh-oh. Der Guck. Jetzt wird es schmerzvoll, du Nacken. Deco, was soll ich tun? Jetzt soll ich R2 drücken. Du hast wohl so viel rumgetrunken, was? Ja. 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 Der geht hier in die Entdeckung. Ja. 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 Jetzt weiß ich erst, was das Wort Erbärmlich bedeutet. Das ist Energie. Irgendwo ist noch einer. Steh weg! Haben die jetzt geschossen? Leute, es ist so nervig. Scheiße! Ich soll bestimmt... Ich wollte gerade in Deckung. Ich soll bestimmt... Hier oben! Das hätte ich jetzt natürlich mal ein bisschen eher wissen müssen. Okay, da sind keine mehr. Beseitigen Sie die restlichen Gewehrschützen mit Granaten. Ja, ihr seid witzig. Zauber! Verteidigen Sie die Black Pearl. Haben Sie wieder nie so viel erklärt, was man machen soll? Und dementsprechend sieht du meine Energie jetzt aus. Ich wette, ich kann das gleich alles normal machen. Bist du bereit für den Tog, oder brauchst du Hilfe? Wenn du mich wütend machst, wirst du furchtbare Schmerzen erleiden. Ich kann mir diese Töltel hafen. Hier wäre jetzt ohne Scheiß... Diese Se... Och, ich hab mich doch nicht auf Gnade, wenn ich da gesehen um nichts dazu... Du weißt, dass du besser durch mich stirbst, als am Geistgebau. Das war jetzt bei mir. H Wor vibrator pulse... Du kannst ja kaum gehen. Geschweige denn kämpfen. Mann! Dann leck mich. du wirst noch bereuen dass dich deine mutter in die welt gesetzt hat irgendwie getroffen ich muss alles noch mal machen jetzt weiß ich machen muss ich hänge fest du sollst halt komm wie unfair die restlichen mit granaten lassen wir mal durch jetzt macht ihr das ich sehe es nicht was ist das für eine anzeige die machen die kiste zum glück für dumme wieder zu und ja leute ich hole den würfel ich bin zu dumm und alle haben keine energie mehr weiter jetzt wäre es wieder zu viel dass wir nichts machen meine fresse babosa wo ist noch einer Oh, die Energie irgendwie. Ja! Wir erleben das Ende der Piraterie und das Ende von Jack Sparrow. Was für ein herrlicher Tag. Ich denke nicht, Tim. So endet die Geschichte. Eine Seele ist verloren. Die See schlingt alles. Ohne Gnade. Ohne Wechsel. Für immer. Will! Ich bin jetzt an Davy Jones Platz. Das war der einzige Weg. Ich muss es tun. Dann wirst du auf mich warten? Ja. Ja. Dann kehre ich zurück zu dir. Oh, Jack. Ich und ein paar der Jungs hatten ein Gespräch. Nicht schon wieder, oder? Ist denn das wirklich notwendig? Du siehst, ich bin wieder Captain. Der Kreis schließt sich, Jack. Sagt mir kein Duell. Ach, ich wollte schon sagen. Ist das nicht der berühmte Jack Sparrow? Die Welt ist klein. Captain. Captain Jack Sparrow. Leute, das war der erste Ausflug zur Playstation 3 mal wieder. Was haben wir uns hier ausgesucht, ne? Also am Ende war das schon ganz schön gemähen gewesen. Muss ich wirklich mal sagen. Aber ich muss dazu sagen, wenigstens ist es mal wieder eins der Spiele, was man halt immer liegen hatte und sich gesagt hat, willst du auch mal rin gucken? Und es ist sogar mehr draus geworden aus rin gucken. Wir haben es am Ende sogar durchgespielt. Warum denn nicht, Leute, ne? Ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß. Ein bisschen Spaß. Weil ein bisschen Spaß hat ihr auch. Das war jetzt kein Kracher. Aber war okay. Und für mich als Fluch der Karibik-Fan musste man das einfach mal nachholen. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei allen, die bei dem Let's Play mit dabei waren. Hoffe auf weitere schöne Let's Plays, schöne Videos mit euch, schöne Streams und eine schöne gemeinsame Zeit. Ihr Lieben, macht euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.